Es ist wieder soweit. Im Steffi-Graf-Stadion und den umliegenden Plätzen des LTTC Rot-Weiß fliegen ab dem 17. Juni wieder eine Woche lang bei den Allianz-Kundler German Juniors die gelben Filzkugeln zwischen den weißen Linien. Die jeweils besten 64 Juniorinnen und ebenso viele Junioren kämpfen um den Sieg bei den internationalen deutschen Jugendmeisterschaften 2018. Es ist für die Nachwuchsspiele, also gerade für unsere deutschen Nachwuchsspiele extrem wichtig, dass man sich mit den internationalen auch messen kann. Berlin gehört zur Elite der weltweiten Jugendturniere, die in ihrer Bedeutung gleich nach den Junioren Grand Slams rangieren. 2017 gab es endlich mal wieder einen deutschen Sieger, den einheimischen Rudi Molliker vom LTTC Rot-Weiß, den ersten seit 2003. Indessen mischt er kräftig bei den Herren mit, gewann kürzlich ein gut besetztes ATP-Challenger-Turnier in Heilbronn. Der Berliner Sieg war für Molliker ein wichtiger Meilenstein. Hier starten Weltstars. Rudi möchte einer werden. Mit seinen 17 Jahren zählt er schon im ATP-Ranking zu den besten 400 Herren. Auch bei den Juniorinnen gab es einen deutschen Sieg durch die Dortmunderin Jule Niemeyer. In diesem Jahr ist die Favoritenfrage offen. 15 Juniorinnen und 21 Junioren, die an der Hundekehle aufschlagen, gehören zum erlauchten Kreis der Top 100 der Junioren-Weltrangliste. Mit dabei die deutschen Leopold Zima, Henry Squire, Justin Schlageter. Die Augen der Berliner Tennisfreunde blicken besonders auf Santa Strombach vom Ausrichter-Club Rot-Weiß. Ist sie schon reif für den Titel? Mit ihren 16 Jahren kann Santa noch an den nächsten drei Turnieren teilnehmen. Hat also noch ein bisschen Zeit. Bei den Jungen richten viele ihr Augenmerk auf Osman Torski vom Tennis-Club Grün-Weiß-Nikolas See. Immerhin die Nummer vier der deutschen Jugendrangliste. Zwei weitere Berliner Kandidaten, die den Sprung auf das internationale Parkett schaffen können, sind die aufstrebenden Nino Ehrenschneider vom LTTC Rot-Weiß und Finn Stodder vom TC-Sport-Club Charlottenburg. Für sie alle werden die internationalen deutschen Jugendmeisterschaften eine Standortbestimmung. Und was macht der Titelverteidiger? Ich bin gerade hier in Stuttgart beim Mercedes Cup und bereite mich ein wenig auf Rasen vor. Ich muss meine diesjährige Teilnahme bei den Allianz Kundler German Juniors leider absagen. Ich wünsche euch allen trotzdem sehr viel Glück und hoffentlich kann ein deutscher Teilnehmer meinen Titel verteidigen. Und ja, viel Erfolg an euch alle und bis dann. Ciao. Wer die Nachfolger von Rudi Mollecker und Jule Niemeyer werden, noch ist das ungewiss. Bis das feststeht, erwarten die Turnierbesucher aber auf alle Fälle leidenschaftlich geführte Matches und ansehenswerte Ballwechsel. Harte platzierte Aufschläge werden sich mit gefühlvollen Stops und langen Longline-Rallys abwechseln, die gespickt sind mit taktischer Raffinesse und Spielwitz. Und was wünscht sich der Turnierleiter? Dass das operative Tagesgeschäft genau so läuft, wie wir uns das vorstellen. Dass wir unsere Zeitansetzungen einhalten, dass alle Spieler zufrieden sind. Mancher Name aus den Berliner Tagen wird uns später wieder begegnen. Mit einer guten Weltranglisten-Position mit Turniersiegen. Denn im Steffi-Graf-Stadion und den Plätzen drumherum starten Weltstars. Manchmal eine große Karriere. Und Sie können als Augenzeuge hautnah dabei sein. Derjen disruptions wurde. Nachden Mam Leere Maya für die Reichweite erходит wurde bisher von antennaitenden kurzfrist-Grourove Jan Sami tengo Verbind. Das war glanzösische Bauherrisch. Nachden감. Nachden frage. Nachden. 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 Nachden sind. Nachden. Nachden.